Alles klar. Internetpornos? Check. Taschentücher? Check. Babyöl? Check. Okay, kann losgehen. Ah. Und deswegen waren sie so bösartige Killer. Oh, seine Arme sind so kurz fürs Basturbieren gewesen. Man fürchtet ihn von Europa bis zu den Chinesen. Doch zum Glück fand er eine Frau für ratten scharfen Sex. Der nicht masturbierende Tyrannosaurus Rex.